Hiiii Really n***a Es ist schon wieder ein halbes Jahr vergangen Mir fehlen die Worte Wo war ich nur? Wieso war ich weg? Ja die Antwort ist ganz einfach Mein Grand Pocket Edition ist scheiße Aber jetzt spiele ich es ja wieder Ihr könnt euch freuen Ja Cool Ja Und wie kann man 2018 besser starten Als sich only den Arsch vermöbeln zu lassen Von irgendwelchen Noobs Also würde ich mal sagen Das ist das Play So irgendwie Okay Das ist neu für mich Äh Wo bin ich eigentlich gut? Ich würde sagen Ultra Hardcore Kid Alter ich bin ich bin Beste Ich weiß das Ich weiß das ich bin Beste Okay Hallo das ist ne coole Map Ja auf jeden Fall sehr viel Design Liebe reingesteckt Und Ah Ah Wir haben nicht den Was ist das? Ist das? Was ist das? Was ist das? Ich spiele jetzt einfach so mit meinem iPad und versuche irgendwie Alles Tipptoppi Tipptoppi zu machen Ne? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh ich bin so schlecht Okay gut ich halte das iPad lieber runter Weil man kann ja sehen Weil man kann ja sehen Dass dieser Spieler mich jetzt ordentlich wegkommen Wurde Come on Mein erster Kampf Ach wie viel Leben hatte der eigentlich noch? Egal ich bin eh der Beste Moment Wie ihr sehen könnt Da ist mein Tisch Da ist Es hat ungefähr 2-3 cm Platz also So viel Platz hat es nicht zum Spielen Es liegt hundertprozentig an dem Platz und nicht dass ich schon ein halbes Jahr nicht mehr gespielt habe Ne? Das doch nicht Man kann das so sehen Ich taste mich nur ein bisschen heran an das Spiel Ja Hm Was für ein Kit kann gut sein Ich würde sagen Kombo Kit Das passt zu mir Das passt zu mir Wie die Faust aufs Auge Oder besser gesagt Wie ein Schwert in die Brust Alles klar Okay Waiting for Player Bitte Fang an Hallo Und wundert euch nicht Das ist auch mein erstes Facecam Video Ich versuche mich Zu verbessern Ich glaube da kann man ein bisschen Ja natürlich kann man das Also das ist mein allererstes Facecam Video Die man ja unterhalten kann Und ich bin sehr schlecht darin Also ins Facecam Video und nicht ins PvP Ah total ist das hart Eigentlich musste ich das iPad ein bisschen weiter nach hinten Stellen damit man noch inwärts von meinem Gesicht sieht Ich glaube nicht was ihr sehen wollt Ich glaube nicht was ihr sehen wollt Ja Ich glaube das jetzt so ein Schlag drauf geht oder Ja man kann sehen wie schlecht ich geworden bin Es war noch ein bisschen Ich kenne noch ein bisschen die Bewegungen Wie man PvP spielen soll Ja seht ihr Das war eine kleine Kombo Das war eine kleine Kombo Hoffentlich bekommt das Video irgendwie so um die 100 Klicks rein Wenn 500 Abos und nicht mal 50 Klicks ist das schon ein bisschen schwach Ja natürlich hängt sich mein iPad an Nice Äh Ja Ich bin gut Like Abo Nein Spaß Mach das nicht Es ist nicht wert Tschüss Ich bin gut Ja Einmal With Abo